Ja, hallo zum zweiten Teil der Reihe zur Kommunikation der Corona-App mit ihren Backend-Systemen. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, wie die App mit den Backends kommuniziert und wir sind so weit gekommen, bis die Tagesschlüssel, die Temporary Exposure Keys der positiv Getesteten hier in dieser Datenbank landen. Und heute wollen wir uns anschauen, wie diese Schlüssel an alle Apps der Teilnehmenden übertragen werden. Eine kleine Warnung vorneweg, das ist ein sehr technisches Video, das sich an Softwareentwickler und Softwarearchitekten richtet. Also wir gehen hier recht tief rein. Wir schauen uns diesmal noch nicht den Code an, wir schauen uns die Kommunikation an, ein bisschen was zur Architektur. Ja, und wir werden uns auch anschauen, was denn hier in der Tabelle in diesen Formaten drinsteckt, in den Dateien, die dann übertragen werden zum Telefon. Wir machen das erst mit einem Test-Setup und dann zapfen wir das richtige S3-Backend hier bei der Telekom an und ziehen Live-Daten raus und schauen mal, was wir da so finden. In der letzten Folge, da sind die Schlüssel, die Temporary Exposure Keys, hier schon in dieser Datenbank angekommen. Und wie gesagt, jetzt geht es darum, dass diese hier nach draußen befördert werden. Dazu ist diese CWA-App in zwei Teile gespalten. Das ist ein Repository, ein Git-Repository mit einem Maven-Projekt, das dann in Subprojekte gegliedert ist. Das eine bietet hier hauptsächlich eine API an, um die Daten dann in der Postgres abzulegen. Und die zweite App, das ist die Distribution-App, die zieht die Daten aus der Postgres ab, wird von außen angestoßen, da sind ein paar Jobs drin. Drei Jobs, die nacheinander ablaufen. Der erste Job, der bereinigt die Datenbank und den S3-Speicher um Datensätze, die älter sind als 14 Tage. Der zweite Job bereitet die Übertragung zum S3 vor, indem er hier eine Struktur aufbaut und Signaturen erzeugt. Und der dritte Job, der schickt dann die neu angekommenen Keys hier von der Postgres in den S3-Object-Store-Cloud-Speicher. Und von dort steht er dann zur Verfügung, dass er vom Telefon abgeholt werden kann. Wir schauen uns jetzt an, wie diese Daten hier in der Datenbank aussehen. Mit dem Projekt kommt ein Docker-Compose-File. Wenn ihr das hochfahrt, dann startet hier eine Postgres-Datenbank, ein PG-Admin, eine Oberfläche, um die Datenbank zu verwalten, die ihr hier seht. Und ein S3-Object-Store. Der Quellcode ist ja frei verfügbar. Und wie gesagt, wenn ihr den runterladet, dann findet ihr auch eine Anleitung, wie ihr das starten könnt und dieses Docker-Compose-File. Hier habe ich jetzt die CWA-Datenbank und die besitzt zwei Tabellen. Die eine ist vollkommen uninteressant, diese Schema-Historie. Das ist für Datenbank-Migrationen und die eigentlichen Daten, die liegen hier in dieser Diagnosis-Keys-Tabelle. Ich mache mal hier einen Abruf und da könnt ihr sehen, dass hier unten 14 Einträge drin liegen. Die habe ich mal hochgeschickt. Ich habe mal ein kleines Programm geschrieben, mit dem ich Testdaten erzeugen kann. Und das ist so eigentlich die einzigsten Daten, die auf diesem CWA-Backend liegen. Das ist zum einen so ein Exposure-Key, also so ein Tagesschlüssel, aus dem dann bis zu 144 einzelne Schlüssel abgeleitet werden oder Rolling-Proximity-Identifiers abgeleitet werden, die dann jeweils für zehn Minuten gültig sind. Und das ist dann die Nummer dieses Intervalls, dieses Zehn-Minuten-Intervalls. Da wird gezählt vom Epoch, vom 01.01.1970 bis heute in zehn Minuten Schritten. Also wenn sich die Zahl hier hinten um eins erhöht, dann sind schon wieder zehn Minuten vergangen. Und das ist der Timestamp, als dieser Exposure-Key hochgeladen wurde. Und hier wird auch wieder von Epoch, vom 01.01.1970 gerechnet, allerdings in Stunden. Das heißt, wenn ihr hier um eins hochzählt, ist eine Stunde vergangen. Und hier ganz interessant, der Transmission Risk Level. Der ist aufgespalten, das ist ein Enum. Und die vier bedeutet, dass derjenige, der die Keys hochgeschickt hat, klinisch getestet wurde. Dazu später aber auch noch mehr. Also wie gesagt, positiv Getestete, die bekommen dann eine TAN. Und mit dieser TAN sind sie in der Lage, die Schlüssel hochzuladen. Und die landen dann in dieser Datenbank. Und wie die Schlüssel von dieser Datenbank dann weiterverarbeitet werden, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe jetzt in meiner Entwicklungsumgebung das CWA, das Corona-Warn-App-Server-Backend. Das ist ein Java-11-Programm, das mit Maven gebaut wird. Und dieses Projekt enthält nochmal drei Unterprojekte. Ein Common-Projekt, in dem sind die Schnittstellenbeschreibungen. Submission, das ist für das API und das Schreiben in die Datenbank. Und wir interessieren uns heute für Distribution, also wie die Daten von der Datenbank in die S3, in den S3-Object-Store kommen. Und das ist eine Spring-Boot-Anwendung. Da seht ihr hier, hier ist eine Applikationsklasse, die ich ausführen kann. Und die startet dann diese drei Runner hier. Der erste, der löscht die alten Einträge, Assembly signiert dann und S3-Distribution schiebt dann die Daten in den S3-Speicher. Ja, und ich führe das jetzt mal aus. Das heißt, er soll jetzt aus der Datenbank die Daten rüberschieben zum S3. Wie gesagt, auf meinem Rechner läuft lokal in Docker-Compose ein S3-Object-Store. So, und jetzt ist er auch schon fertig. Und da seht ihr hier oben, da hat er jetzt ein neues Verzeichnis angelegt, Out. Da werden die Daten auch nochmal auf die Platte geschrieben. Und das ist jetzt das Gleiche, was in dieser Datenbank steht. Allerdings aufbereitet schon in der Struktur und mit Signaturen, wie die Daten dann in den S3-Object-Store kommen. Ihr seht hier auch nochmal zwei Verzeichnisse, Configuration. Mit diesem Verzeichnis hat jetzt die Bundesregierung die Möglichkeit oder das Robert-Koch-Institut, die Berechnung zu modifizieren. Also da drin steht jetzt eine Datei mit Parametern. Und die Parametern bestimmt dann die Berechnung im Notification Exposure Framework auf dem Telefon. Die Algorithmen, die kommen ja von oder werden von Apple und Google bereitgestellt und konfiguriert werden, können die dann über ein paar Parameter, die hier mitgeliefert werden. Aber wir interessieren uns heute mehr für die Diagnosis-Keys. Da haben wir so eine Struktur. Hier kommt das Land, Country. Da seht ihr, diese Index-Datei sagt, okay, es geht weiter mit einem quasi Unterverzeichnis. So ein Object-Store kennt ja nur Keys, die auch vom Namen her hierarchisch sein können. Aber das sind nicht wirkliche Unterverzeichnisse. Und bei DE haben wir dann Date drin. Und da ist jetzt genau eine, oder ich habe es jetzt gerade nochmal laufen lassen, deswegen sind zwei Unterverzeichnisse hier vertreten für zwei Stunden, neun und zwölf Uhr. Das sind jetzt nicht die Zeiten, in denen Schlüssel vorliegen, sondern das sind jetzt Zeiten, in denen so eine Verarbeitung stattgefunden hat und hier was rübergespielt wurde. Oder Zeiten, die in der Datenbank drin stehen. So, hier bei zwölf Uhr, da ist das Index-File und das ist jetzt im Binär-Format die Temporary-Exposure-Keys. Und die versuchen wir jetzt mal abzurufen. Außer dem File-System wurden die ja in den Object-Store geladen und diesen Object-Store, den kann ich abrufen. Ich bin in einem leeren Verzeichnis und führe jetzt einen HTTP-Kommandozeilen-Client aus CURL und schicke eine Anfrage an den lokaler S3-Server. CWA-Version-V1-Diagnosis-Keys-Country.de Ihr seht, das ist genau der Aufbau, den wir gesehen haben, gerade im File-System. Und ich rufe jetzt für heute die Keys ab. So, das hat er jetzt durchgeführt. Und ihr seht hier die HTTP-Kommunikation, die Anfrage und die Antwort. Und wir bekommen dann ein HTTP-200-OK zurück, 716 Bytes, Application-Zip, also ein Zip-File und der Server ist ein S3-Server. Also das ist hier nicht wirklich einer von Amazon, das ist hier ein Nachbau, der lokal läuft, aber der verhält sich so und hat das gleiche API wie der Original-S3-Speicher. Und wenn ich jetzt nachschaue hier, dann seht ihr, er hat eine Datei hier angelegt von 716 Bytes, KIT-Zip. Und diese Datei, die kann ich jetzt ansippen und dann bekomme ich zwei Dateien. Zum einen die Daten, die Schlüsseldaten und dann zum Sichern eine Signatur, um zu überprüfen, ob sich da nichts verändert hat. Ihr könnt hier auch per HTTP, ohne HTTPS, also unverschlüsselt darauf zugreifen und da muss natürlich die Integrität gewährt sein. Deshalb kommt dann nochmal so eine Signaturdatei mit, die dann auf dem Telefon überprüft wird. So, und jetzt habe ich diese Exportdatei, die kann ich mir mal anschauen. Das ist eine Binärdatei, deshalb pumpe ich die gleich zum Hackstump-Tool und zeige mir das mal an. Und da seht ihr hier die Binärdaten und hier oben, das ist ganz raffiniert gemacht, das sind hier die ersten 16 Bytes. Und diese ersten 16 Bytes werden hier als Magic benutzt, als Zeichenfolge, die immer fix ist. Und damit kann man das Format erkennen, wenn man nicht den Dateinamen verwenden möchte. Und wenn in einer Datei EK-Export-V1 drinsteht, dann ist es genauso eine Datei, die Schlüsseldaten enthält. Uns interessiert natürlich das, was hier unten kommt. Und um das auszulesen, da habe ich ein kleines Programm geschrieben, das schauen wir uns mal an. Und da holen wir jetzt die Daten wieder raus. Um die Binärschlüsseldaten lesen zu können, verwende ich dieses kleine Projekt. Ich verlinke das euch auch noch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein ganz normales Maven-Projekt, das ich einfach vom Scratch angelegt habe. Dann habe ich aber aus diesem Commons-Projekt vom CWA-Server die Schnittstellenbeschreibungssprachen, die Proto-Dateien kopiert, die hier dieses Google-Format-Protokoll-Buffer beschreiben. Und das habe ich hier einfach reinkopiert und dann noch in ein Maven-Plugin aufgenommen, das aus dieser Schnittstellenbeschreibung Java-Code erzeugen kann. Für uns jetzt sind nur zwei Datenstrukturen interessant, die wir hier in dieser Beschreibungsdatei finden. Die erste Struktur ist diese hier, diese Temporary Exposure Export Struktur. Und da bekommen wir mal mitgeteilt, Timestamps, von wann bis wann die Daten hier gelten, für welche Länderregion das Ganze gilt. Und ansonsten ist hier einfach eine Aufzählung drin, also eine Liste von Temporary Exposure Keys, also von diesen Tagesschlüsseln. Und die Struktur, die ist hier unten beschrieben, das seht ihr hier. So, und da ist zum einen die Binärnachricht enthalten als Bytes Array, dann haben wir das Transmission Risk Level, das ist dieses Übertragungsrisiko, später noch mehr dazu. Ja, und wir haben für welchen 10 Minuten Zeitraum das Ganze gilt. Und das müsste hier auch irgendwo sein. Ja, das ist hier dabei. Das ist das ganze Programm zum Auslesen der Binärdaten, das ist jetzt schön kompakt. Also, ich lese diese Export-Bin-Datei ein, hole die ersten 16 Bytes, der Header, gebe die nochmal aus, also das muss dieses EK Version 1 und so weiter sein. Und dann hole ich mir diesen Temporary Export Key Export Struktur und lese da die Header-Daten aus und dann iteriere ich einfach über alle Keys und gebe die entsprechend aus. Ich lasse das jetzt zunächst mal gegen die Testdaten laufen. Wie gesagt, später machen wir das auch noch gegen die Echtdaten. Und da seht ihr hier die Ausgabe, also im Header wieder der Magic. Wir haben 13 Datensätze hier drin für Deutschland vom Freitag den dritten um 2 Uhr bis zum Samstag auch um 2 Uhr. Das ist so das Intervall, das hier übertragen wird. Und da sehen wir hier die ganzen Schlüssel, die 13 Stück. Und das ist dann jeweils hier der Binärwert des Schlüssels. Es sind natürlich dann immer 144 Keys, die man davon ableiten kann. Also dieser Tagesschlüssel, der wird dann verwendet um alle 10 Minuten. Also 24 mal 6 sind 144 Rolling Proximity Identifiers zu erzeugen. Und das ist ja auch der Trick. Die werden nicht übertragen, sonst wäre das Ganze zu groß. Sondern das rechnet bei euch die App selber aus. Dann bezahlt ihr da mit Akkukapazität. Aber dafür spart dann halt natürlich der Betreiber und wir überall Bandbreite. Ist auch so ganz in Ordnung, wie das gemacht ist. Ja, und dann natürlich noch die Startintervall-Number, von wann das Ganze gilt. Und ihr seht, dass das sortiert ist. Allerdings ist es nicht nach Zeit oder so sortiert. Sondern die haben das jetzt hier nach den Keys sortiert. Das ist auch sinnvoll. Damit geht auch die Reihenfolge verloren, um da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Das wird gleich viel, viel schwerer gemacht. Gut, das ist jetzt relativ uninteressant, weil das ja meine Testdaten sind. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Telekom-Server anzapfen können. Und von dort echte Daten herunterziehen. Und mit diesem Programm entschlüsseln können. Und dann schauen, was da momentan an Exposure-Keys übertragen wird. Um Echtdaten zu bekommen, gehe ich jetzt natürlich nicht gegen Localhost, sondern ich verwende den Endpunkt bei der Telekom. Da bin ich bei einem Content-Delivery-Network. Das ist vor den S3-Server vorgeschalten, um besser skalieren zu können, um die Last abzufangen. Und dieser Cache füllt sich dann mit den entsprechenden Daten. Und hier sieht er wieder den gleichen Aufbau, Version, V1, Diagnosis-Keys und so weiter. Ich hole mal die Daten von gestern. Und ja, dann nennen wir die auch nicht Kies heute, sondern Kies gestern. So, und jetzt habe ich das wieder im ZIP-File. Ich schaue mal, wie viel das ist. Das ist ein bisschen mehr. Das sind jetzt so 35 Kilobyte. Und sehen wir sonst noch irgendwas raus? Ach ja, da ist noch ein Nginx. Wahrscheinlich wird der Nginx-Webserver benutzt in diesem Content-Delivery-Framework. Oder ist als Reverse-Proxy nochmal vorgeschalten. Und wir sehen hier an diesen Erweiterungen AMZ, Amazon. Das sind jetzt hier auch nochmal Hashes und Header-Felder, die vom S3-Storage kommen. So, ich ansippe die Datei wieder und bekomme hier meine Export-Bin. Diesmal mit 58, doch ein bisschen mehr, 58 Kilobyte. Ja, das ist jetzt, weil es entzippt ist, logisch. Und jetzt kann ich einfach das gleiche Programm nochmal ausführen wie gerade. Nur läuft das jetzt natürlich gegen die neu heruntergeladenen Schlüssel. Und hat ein bisschen mehr Daten geliefert. Und zwar 1960, 1960 Keys. Da muss ich jetzt mal nachrechnen. 1960 geteilt durch 14 Tage. Das gibt dann 140. Also es sind vielleicht 140 von 140 Infektionen die Daten. Aber wir sehen gleich, dass wir da noch ein bisschen was abziehen müssen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr. Weil nicht jeder 14 Tage hochlädt. Manche haben die App vielleicht drei Tage, vielleicht einen Tag. Und sind dann schon positiv getestet. Schauen wir nochmal an, was wir zurückkriegen an Daten. An Datensätzen. Also zunächst nochmal die Header-Daten. Das Ganze ist jetzt von hochgeladene Schlüssel für den Zeitraum vom 2. Juli von 8 bis 22 Uhr in Deutschland. Und jetzt kommt schon der erste Schlüssel hier für den 27. Juni. Und der hat jetzt ein Transmission-Risk-Level von 5. Da muss ich mal nachschauen. Wie gesagt, das ist ein Enum. Das ist, oh, da haben wir was ganz, ganz Seltenes. Ein Self-Report. Eigentlich gibt es das in Deutschland nicht. Der Self-Report heißt, da sage ich selber, dass ich Corona habe. Das wird natürlich auch entsprechend so in die Berechnung eingeflossen, dass das nicht ganz so sicher ist, dass wir dann da angesteckt werden. Aber ich wusste gar nicht, dass das geht. Also wenn jemand von euch weiß, wie da so eine 5 reinkommen kann. Also wie gesagt, das sind die Echtdaten von der Telekom. Das würde mich mal interessieren. Dann haben wir ein Risk-Level von 1. Das heißt, dass der Test bestätigt ist, aber niedriges Risiko. Eine 6. Was bedeutet negativ? Also hier haben wir sogar mehrere Negativ-Sätze. Das heißt, von diesen 140, das sind nochmal einige weniger, weil hier auch jemand es geschafft hat, negativ hochzuladen. Sollte eigentlich nicht möglich sein, weil nur wer positiv getestet ist, bekommt eine TAN. Ich vermute aber mal, dass das Testsätze sind, dass das hier die SAP oder die Telekom, dass die das selber ausgeführt haben. Ansonsten sollte das nicht möglich sein. Mit dem Trick ist es möglich. Also wenn ihr nicht die App benutzt, sondern ihr benutzt ein selber geschriebenes Programm oder ihr simuliert die Kommunikation von Hand, könnt ihr, wenn ihr positiv getestet seid, natürlich dann auch ein Testergebnis hochschicken, das negativ ist mit diesem Schlüssel, den ihr gekriegt habt. Das wäre denkbar und könnt damit diesen Risk-Level wahrscheinlich manipulieren. Ist jetzt eine Vermutung, müsste ich mal in den Code reingucken, ob das nicht irgendwie gesichert ist. Also so rein aus dem Gedächtnis weiß ich es gerade nicht, aber könnte gut sein, dass es vielleicht sogar abgesichert ist. Level 8. Unused or custom. Also dieser Risk-Level hier ist auch irgendwie wahrscheinlich aus Testzwecken und nicht aus einem normalen Betrieb entstanden. Und die anderen hier mit 1 bis zum Risk-Level 4 sind dann normale. Ja, da ist nochmal 3 ein höherer. Und ja, damit seht ihr, was übertragen wird. Also das bekommen jetzt die einzelnen Apps übertragen und die können dann aus diesen Schlüsseln sich diese ganzen 144 für den Tag generieren. Die werden dann verglichen mit denen, die ihr eingesammelt habt und wenn die übereinstimmen, werden diese Zahlen dann benutzt. Und je nachdem, wie viele ihr da bekommen habt und wie das Ganze konfiguriert ist, wird dann halt der Risk-Level ermittelt und euch angezeigt. Soviel zur Corona-App und den Backend-Systemen für heute. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder noch Beiträge dazu, schreibt das bitte in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und es interessant für euch war, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr noch mehr zur Technik der Corona-App oder überhaupt zur Software-Architektur, Microservice und APIs sehen möchtet, dann abonniert den Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, euer Thomas.